Ich bin ja schon gewöhnt. Schau, jetzt ist mir ein Bier runtergeschickt. Ich brauche mir irgendwas. Besser mal ein Bier. Da hast du dein Bier. Jawoll! Weißt du, was da los ist? Weißt du, was da los ist? Geh mal! Etwa akzeptierst du deine Leute oder nicht? Ist das so? Die stehen alle zu dir und wenn du dir in die Hunde gibst, dann kriegst du was raus. Schau, schau das! Was soll ich schauen? Ich brauche gar nichts schauen. Schau drüber. Was will ich machen? Entweder auf Schauscher oder nicht! Nein! Schauscher oder nicht! Entweder auf Schauscher oder nicht! Entweder auf Schauscher oder nicht! Lass dich auch mit Ruhe, okay? Lass dich mit Ruhe! Lass dich mit Ruhen! Geh mal Ruhe und Trinken! Ey, ey, ey! Äh, ey! Einer ist ja in Ruhe! Ja! Dann hör es beide auf! Dann hör es beide auf! Das ist ja kein GTI-Pf. Ja, so ist es! Ja, so ist es! Führts auf jetzt. Führts auf jetzt. Führts auf jetzt. Führts auf jetzt. Ja, für mich hast du Spaß. Ich sag dir plötzlich was. Ja, ist die Wurst. Ja, weg, 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 Herr Kappel. So kalt wie neu aus. Aber kannst du aufs Hitzen. Beide Spiele. Das ist schön langweilig. Schön langweilig. Du gehst inzwischen, als wären die ersten Ruhest du weitergekommen. Du bist jetzt auf vier. Das läuft ja noch immer.